Moin zusammen, warte geht's mit Worma 2 und den Waldelfen. So, guck mal. Stellt Garnisonen bereit, ja, aber ich gehe mal immer schön... Irgendeine Rekrutierung für Kavallerie, ja, bleibe ich drauf. Was bringt das überhaupt? Gewaltige Überliss kanalisiert die Winde der Magie, wo sie keinen Schaden anrichten können. Vokale Armeen. So, da gehe ich mal auf Ressourcen. Ah, das kann ruhig bleiben. So, Gebäudebrowser. Oh, nee, stopp, stopp, nicht kaputt machen. So, die rote Büste. Sammlerheim. Ja, passt schon. Nächste Runde. Der echte Lugierforsch und halt für alle helfen, yes. So, doch, er geht ein bisschen auf Kampftraining. Die sind's... Nee, das sind meine, guck mal. Wiegt deinen Arsch, Junge. Aber ganz flott. So, das dauert noch vier Runden, drei Runden. Ewige Eiche. Müsst ihr mit ihr sonst gleich mal so ein Ritual hier machen, oder? So, ich glaube, du wartest erst mal noch eine Runde. Immer schiefer. Was sind denn das hier? Freundlich. Nicht angriffen. Angenommen. Militärischer Zugang. Angenommen. Auch nicht schlecht. Neutral verbessert sich. Hochelfen. Hochelfen. Grünhäute. Ja, die sind egal. Weil, diese sind gute Verbündete. Neutral verbessert sich. Sprich, Geist. Und wir werden... Overlord. Okay, nächste Forschung. Diplomatische Beziehung mit Hochelfen wäre eigentlich mal was. Immungegenverschleiß durch Sturm und Riff. Einkommen aus Heavn. Ich habe... Diplomatische Beziehung mit Hochelfen. Zauber der Lehre. Weiße Magie. Baukosten für alle Gebäude. Ja, komm. Die kann ich gut gebrauchen. Kilo werden plus 15, war sehr schön. So, das ist mein Verbündeter. Ratschläge Irene. Ne, nimm mal ruhig die Beine in die Hand ein, Freund. So, was gibt's hier denn noch so Schönes? Unverdorbenheit. Heldenkapazität, Zaubersänger. Generiertes Einkommen 500. Ich kann noch drei Gebäude bauen, ne? Nun, ermöglicht Verschleiß durch erweckten Wald, lokale, feindliche Armeen. Stellt Garnison bereit, ist schon mal ganz gut. So, das krieg ich eh alles. Das wär also eins. Zwei. Drei, ne? Dann hab ich da alles an Militär drin. Unterhalt für alle Einheiten, lokale Armeen, Munition, 100% unter Belagerung, Reduktion der Nachladezeit. Stellt Garnison bereit? Ach guck mal, Garnison wär natürlich nicht schlecht. Verluste Verstärkungsrate. Ja, muss ich mir noch mal überlegen, wo ich was baue. Okay. Die sind glaube ich auch Elfen, oder? So, Randa. Entscheidender Sieg. Niedrig. Guck mal. Zauberer. Das. Ja, da verliert er einen Druck, ne? Okay, dann spielen wir das eben. Okay. Die Aufstellung starten. Hinten rechts kommen meine Verbündeten. Bowman, ready! So, Kavallerie von außen. Wer ist hier noch? Achso, das waren die. Ups. Du musst ja auch gucken, wo der aktuelle Gegner herkommt und nicht, wo der Gegner nachher herkommt. Verstärkung. Verstärkung. Ah, guck mal, so geht das. Okay, ich wusste mal nicht, wie man dieses Pendel drehen kann. Oh, die laufen da oben hoch, wollen sich mit ihrer Verstärkung zusammenziehen, glaube ich. Sehr gut. So haben wir ja unseren Hegel, ja, haben wir. Argo Rückenreißer Schade So ein geiler Schütze ist er dann wohl doch nicht So, Zauber Ja doch Nett Eiltrank Stein an der Angriff 1, 0 Und Boah 1, 0 1, 0 So, Kinder, das Feuer einstellen, den Rest macht die Kavallerie hier Eterno Guard With haste Swifly now Rats it all With speed Forever loyal At speed Sound the horns Anerlisten mit schneller Bewegung Und 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 Rats Und 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 Rats It shall be done! More cave! Let's hunt! Get going! Boah, dass die mir ja nicht nochmal in den Rücken fallen und ich mich beschießen. Okay, sehr. So, meine Freunde. Eins, null. Auf geht's. Und Leipdien hinterher setzen. Stein an Angriff. Stein an Angriff. Stein an Angriff. Stein an Angriff. Battle ready! Oh mein Gott! Aida! Sattu Sokira! Eins, null und... War einmal ein kleintip zu früh, aber haut schon trotzdem gut rein. Was wäre denn für ein Verbündeter hier? Wartet einfach hinten. Sattu Sokira! Ja, komm, ist egal. 180. Sehr gut. Schade, dass man hier nicht noch die Statistiken von den Begleitern einsehen kann. Ja, von denen, wie viel gekillt hat. So, wir setzen. Meins! Höck da! Höck da! Höck da! Kriegsfalkenreiter Baumschrath. Wildreiter kam mit einem Baumschrath. Ja, warum eigentlich nicht? So, und er ist auch schon auf Stufe 9. Einen Fähigkeitenpunkt. Ja, komm, inspirierende Gegenwart. Der Bogenschützer kriegt hier auch Nachladezeit und dann den Köcher beim nächsten Mal. Schrecksensmaske von Eid. Verursacht Angst, verursacht Entsetzen. Details. S. Tor Elif Pira oder wie die heißen. Mal gucken, wer sind die? Neutral, verbessert sich. Ich muss noch mal in meine Hauptstadt gucken. Na, okay, jetzt sind die Außenposten. Bringt das wahrscheinlich auch nichts in einer anderen Stadt nochmal sowas zu bauen. So, 2-7. Gibt's einen Hunder da mehr? Ich werde jetzt mal auf die Kohle gehen. Der Sprengte Kettenfraktion vernichtet. Ja, sehr schön. Ja, das ist zu weit dort. Aber da ist das Schwert des Cain, ne? Okay, Leute, pass auf. Ich will euch nicht verärgern, aber ich muss irgendwie mal... Neutral, verbessert sich. Es gibt Ärger, wenn ich da durch möchte, ne? Ach, ist das schade, wo ich schon mal hier bin. Aber ich kann doch... Organisieren könnt ihr nicht. Okay, okay, okay. Dann lauf mal so weit wie nur möglich. Und nächste Runde der Tunnel zu durch. So, 7 Eif kostet es dann. Und dann wieder 9. So, der Rest sind Rünke-Elfen. Und die sind noch, denke ich, auf meiner Seite. Ja, Grott. Tiefe. Das müssten Skaven sein, da drinnen. 385 Minus. Das ist ja ganz schlecht, grad. So, 13, 13, aber nach 20 Sekunden wieder voll. Asurion, der Schöpfer. Diplomatische Beziehung mit Hochelfen. Sehr gut. Okay, und damit warte ich. Verschleiß gegen Sturm und... Ja, brauche ich nicht. Einkommen durch Niederreißen von Siedlungen. Sagen, gehen wir mal auf den Unteren. Und in diese Region nicht einnehmen. Ach, guck mal. Ich dachte tatsächlich rüber. So, er ist auf Stufe 6. Luke und Troog. Geschwindigkeit, 10%, ja. Auch nicht schlecht. Ah, ups, Waldbegegner. Ein Piratenüberfall. Hier muss er einen schwächeren Feind im Kampf besiegen. Waldgesundheit, plus 10. Monster angreifend. Korsaren, stärkere. Wissen in der Schatten waren das. Für 5 Runden. Waldgesundheit, plus 10. Die Skaven können nicht durch Tunnel nach Ultuan gelangen. Doch sie sind hinterhältige und anpassungsfähige Kreaturen. Der Züchterclan hat eine Streitkraft von Druchi-Korsaren bezahlt, um eine kleine Brut von Mutantenbestien an die Küste von Nagarit zu bringen. Die Züchterbestien machen sich nun daran, an den Wurzeln des Gantar zu nagen, während Korsaren die Siedlung der Elfen plündern. Die Schattenkrieger von Nagarit im Ort wären stark genug, um die Bestien zu sägen, wenn sie nicht von den Piraten abgelenkt würden. Es wäre eine Herausforderung, die Korsaren zu eliminieren. Doch es würde sowohl die Bedrohung durch den Züchterclan beten, als auch die Gunst des Schattenkönigs erkaufen. Jawoll. Hyrosid. Oh, was ist denn das denn? Kalipris. 5 Stück davon, sag mal. Sind doch alle Latten umzauern oder was? Schauen wir uns mal an. 19 gegen 19. Das war, wenn ich mir da mal nicht ein bisschen zu viel zugemutet habe gerade. 5 so eine Kackmonster, ey, krass. Ich müsste sie eigentlich mal hier auf so einen Engpfad locken, ne? Das machen wir mal. So, pass auf. Atala da! So, die dahinter, die dahinter, die linke Flanke, die kommt dahinter, die Flanke. Ihr schießt einfach drauf. Da noch mit bei. Das ist eine Kavallerie. Stecken sich mal im Wald. Meine ganzen Hilden kommen hier nach hinten. Und genauso wie die... Kavallerie wird das genauso. Ihr kommt mal weiter nach vorne hier, das geht doch nicht. So, Aufstellung starten und auf geht's. Oh, 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 oh. Oh, nicht zu eng, Leute. Falls sie... ...Zauber wäre. Damit hinten dran. So, ohne Verzug. Nach vorn. Nach vorn. So, Legolas geht mit nach vorne hier. So, Legolas geht mit nach vorne hier. Shit, ey. Und da ran sie. So, wo sie, wo sie da sind. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sehr gut. Sehr gut. So, Randa, Randa. Lass mich Randa, denn sie will, ja? Ja. Aber was machen die denn da oben? So, die macht ja mal, wenn wir vorhin mal wegwärts. Schmeckt gegen einzelne Größe? So, wie sagt sie... Doch, wie ist das? Okay. Schmerzt gegen einzelne Größe? As you say! As you say! I'm already! We accept! It shall be done! Pumtis! Awaiting orders! I didn't wait! That's it! Dawn and dusk! Twilight Supremacy! Your Honor! It is done! Right! Mensch Mensch Mensch, sir! Go! Harmony Warfare! Very well! Understood! For Athel Loren! By Karnas! Right! Awaiting orders! Awaiting orders! Awaiting orders! Forever loyal! Awaiting orders! Alter! Awaiting orders! 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 So, wenigstens einen von den Missviechern will ich noch haben. Yo! Da ist er gestolpert. Da ist noch so einer. Ich muss aber ein bisschen vorspulen. 2000. 1,6. Ah, das ist guter geschafft, ne? Blitzpilz da. Knapper Sieg. Aber kein Phyrus Sieg und nicht zwei meiner Sperrträger hier komplett verloren. Die haben gar keinen getötet. Das ist so ein Monster, ey. Wahnsinn. Das ist so ein Monster. 1950. ja komm scheinendes Kayn so, Yvress sind das denn für welche hier? Yvress neutral verbessert sich ok, schweres Kayn habe ich jetzt aber nicht sie trägt das schwert Elcarion trägt das schwert des Kayn das ist ganz schlecht gerade Geschwindigkeit für Atom und legender Geschossschaden so, mehr Munition für ihn und hoch meins guck mal hier, 10er von exotischen Tieren shit, shit ach, ok, ok dann würde ich sagen ja, habe ich doch eine Armee ausfielen alles in einem anderen Wald in einem anderen Wald ach, guck mal ich muss jetzt wieder in die Stadt zurück na, schade ach, guck mal ich muss jetzt wieder in die Stadt zurück na, schade okay, ja, cool wir gucken, vielleicht greift er mit an vielleicht auch nicht vielleicht auch nicht oh shit ich würde mich eigentlich lieber zurückziehen wollen ah, Revanche, ok, ne, komm mal gucken, wen ich jetzt noch in die erste Reihe überhaupt stellen kann ok, Aufstellung starten das sieht schon mal gut aus auf der Eterne Realms wahren 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 ok ok reden auf die linke die anderen auf die rechte seite zusammen mit der die linke flanke mit fecht starten da kommen sie monster flanken gesichert so rennen wir sind bereit Warte mal, ich kann euch auch so einen Kuh von Gielandor Zwei, zwei Ganz knapp davor Der nächste Kuh von Gielandor Der ist gleich down Und der liegt Super, zweites Monster liegt Super, zweites Monster liegt Die Kuh von Gielandor By Kurnas Sisters of Twilight Oh, heimlich Kommandant ist zu hoch Und der nächste Monster ist kaputt Sehr schön Entscheidender Sieg, Gefecht beenden 39 hat er Doblan oder wie der Heiß hier weggeschossen Ja, schade Ich hatte gehofft, dass die Dunkelelfen an mir vorbeilaufen Den anderen Hochelfen vielleicht Blüten, sodass das Schwert das Kling zurückgesetzt wird Schade So, und auch hier wieder Geht mit dem Anhänger Verstärkungsreichweite Zwei Oh Heimlich So Details Jetzt haut das Objekt Nee, hier Reichweite Knochenstandarte Knochenstandarte Zugewiesene Einheit Vagierresistenz Knochenstandarte 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 Zugewiesene Einheit Okay So, Level 19 ist sie schon Endloser Köcher, schnelle Aktion So, Geschossstärke, auch noch mal verbessern bei ihm Drücken auf Böllen Aber mit ihm müsste ich eigentlich Ein Stück zurück Oh, Kabelium Abys Krasgiat Turflexina 2750 Lavellon, ach geil So, hier soll erstmal eine Garnison rein So, daneben brauche ich dann mehr Geld Daneben habe ich kein Geld mehr Das ist jetzt die Frage, was baue ich da Ein ganz Militärding habe ich ja in meiner Hauptstadt Ja, nehm ich ruhig So Okay, er ist eigentlich noch Pause Der wird keine Gefahr mehr sein Da kann ich nicht hin Ich muss glaube ich erst hier in die Stadt So, Diplomatie Wer bessert sich Ups Haben wir zu viel geklickt Duckelelfen Ja, was da oben Ne Die können mir ziemlich egal sein Handelsabkommen Schade So, das sind die Undoden Gute Freunde Okay, nächste Runde Schon wieder eine Dreiviertelstunde Wieder hier hinterher oder was So, ich glaube hier sollte ich auf einen Tag wenigstens warten Ich sehe den aktuellen Besitz um es einzufordern Ja, aber da hast du schon ganz gut aufgehoben Bei den Elfen So, die Tiefwurzeln Ja, da bleiben wir einen Tag Und dann will ich sagen Mache hier eine kleine Pause Dann sehen wir uns gleich wieder Viel Spaß mit deinem Bis gleich Und tschau Bis gleich